Ich würde mal sagen, ich bin eigentlich ein echter Preuße. Ich bin in Brandenburg an der Havel geboren. Der Name gibt ja auch dem Bundesland hier den Namen. Geschichtsträchtiges Datum aus Sicht der ehemaligen DDR. Am 7. Oktober 1949 bin ich geboren. Das ist der Gründungstag der DDR. Mein Vater hat Tischler gelernt, hat aber nach dem Krieg, wie die Jugend so war, ein neues Deutschland aufbauen. Und da gab es diese Arbeiter- und Bauernfakultäten. Und dort hat er studiert. Das war ja ein Abitur-Lehrgang dort, verkürzt anderthalb Jahre, zusammen mit meiner Mutter. Und nun war ich geboren und das war schlecht. Also Kinder dort zu haben, die waren alle darauf nicht eingerichtet. Das waren irgendwelche ehemaligen Landheime irgendwo in Thüringen oder so. Und da haben sich dann meine Eltern mit meinen Großeltern geeinigt und entschieden, dass ich dort erstmal bleibe. Und dann bin ich aber hier geblieben bis zum ersten Schuljahr. Das war 1956. Ich bin also mit meinen Großeltern groß geworden. Und das war die schönste Kindzeit, die man sich denken kann. Das war richtig toll. Ich hatte ja einen Jahrgang, den gab es nur vier Jahre, der wurde dann wieder abgeschafft. Das war Abitur mit Berufsausbildung. Ich habe parallel also Fernmeldemechaniker gelernt an der Deutschen Post damals, Scharnhausstraße in Berlin. Da war die Berufsschule. Und dann war schon die Frage so ein bisschen, ja, was machen wir eigentlich? Alle haben sich so gefragt auf irgendwelchen Diskus, die dann so anfingen. Manche waren ganz klar in ihren Vorstellungen. Ich wusste, dass ich vielleicht was Technisches machen will, auch durch diese Berufsausbildung. Allerdings prägte natürlich der Medizinerhaushalt mein Denken. Und mein Vater hatte inzwischen eine Professur an der Humboldt-Universität mit Lehrbefähigung. Der hoffte natürlich, dass sein großer Sohn, vielleicht auch sein kleiner Sohn oder jüngerer Sohn in seine Fußstapfen tritt, also Mediziner wird. Na gut, aber nun war er ja noch nicht so weit. Also Abitur war erstmal wichtig, dass das gut läuft. Er war ein bisschen, nicht geschockt, aber er war ein bisschen erstaunt. Ich habe mich dann also entschieden in der Endphase, dass ich zur NVA gehe. Das war ja fast klar so irgendwie vom Studium. Aber ich habe ja drei Jahre gemacht. Und ich habe mich dann für eine Fallschirmier-Laufbahn entschieden. Da war vorher der GST, dort mussten wir Sprünge machen, in Königsbrusterhausen, da gibt es so einen kleinen Flughafen. Und dann ging es erstmal drei Jahre nach Proher. Sie kennen die KDF-Bauten in Proher. Und wir haben in Richtung Mukran, Sassnitz war unser Objekt, wo wir lagen. Und dann waren erstmal drei Jahre, war erstmal total Fallschirmier. Mit Manöver und allem drum und dran, Springen und so weiter und so fort. Wir haben uns dann als Kameraden unterhalten und so weiter. Und ich hatte einen, der sagte, also ich mache auf jeden Fall, ich mache Hochschule Ökonomie, irgendwas. Es fing nämlich, diese EDV-Geschichte fing dann an. Das war 78, nee, 71. Und da begann so ein Lehrgang, Leitung, Information, Statistik. Heute würde man Informatik sagen, ganz klar. Und bin dann nach Berlin gegangen, habe dort meine damalige Frau kennengelernt. Wir haben dann 72 geheiratet und ich habe dann bis 75 studiert. An der Hochschule für Ökonomie. An der Hochschule Ökonomie, jetzt heißt sie ja wohl Technik und Wissenschaften oder so in der THW. Und bin dann sofort übernommen worden. Dann kam ja die Rekrutierung. Es sind viele Unternehmen oder damals Kombinat und so weiter in die Hochschulen gegangen und haben geguckt, wen können wir da für uns gewinnen. Und darunter war jemand, der, es nannte sich Zentrum für Organisation und Datenverarbeitung, schon vom Namen her. Und das war eine Nachfolgeorganisation von einem Ministerium. Das nannte sich Schwermaschinenanlagenbau-Ministerium. So eine nachgeordnete Einrichtung. Ja, das war so eine nachgeordnete Einrichtung. Die hat die ganze EDV damals gemacht für das Ministerium. Und der hat gefragt, hast du Interesse, hast du Lust? Ja, haben mir das angeguckt. Ja, die saßen in der Viertelstraße, in der Mittelstraße. Das Gebäude gibt es jetzt nicht mehr, wie die Zeit so mit sich bringt. Ja, und dann kamen das in meine ersten Jahre dort am ZOD. Das war dann bis 1988. Da bin ich dann direkt ins Ministerium gewechselt, weil die Anforderungen stiegen. Die PC-Technik wurde besser. Und die haben gesagt, wir brauchen die Leute jetzt ins Ministerium direkt. Es kamen die Wände. Großer Aufruhr. In den Ministerien, auch in den Unternehmen ganz klar. Jeder machte sich Gedanken, wie geht es weiter. Es war auch klar, dass das Ministerium, oder sagen wir mal, die Ministerien in der Struktur auch nicht bleiben konnten. Das war eigentlich denen. Manche haben so Flausen im Kopf gehabt und haben überlegt, was wird so kommen. Und dann, Kohl sagte, blühende Landschaften, hin und her. Schauen wir mal. Es war auch so ein bisschen so eine Nihilation. Die lehnten sich zurück und haben gesagt, ich kann sowieso nichts machen. Mal schauen, was passiert. Aber ich habe mir schon Gedanken gemacht. Da haben wir gesagt, weitergehen auf jeden Fall. Ich habe das aber auch als Chance gesehen, weil wir ja wussten, unsere PC-Technik oder das, was wir zur Verfügung hatten, war nicht das, was der Westen oder die Bundesrepublik oder überhaupt hatte. Das war ja ganz klar. Der 1-Megabit-Chip, der war ja fünf Jahre später entwickelt worden. Wir sind ja immer als DDR hinterherhinkt in der Frage. Ich kann nicht eine Story erzählen. Ich sage aber erst mal, 1989 war klar. Das Ministerium wurde da aufgelöst und ich wechselte dann über in der gleichen Funktion als IT-Spezialist in ein Ministerium regionale und kommunale Anliegenheiten. Das wurde extra gegründet, war aber klar, dass das ungefähr nur ein Jahr besteht für den Aufbau der regionalen Strukturen, das heißt also die Länderstruktur. Also die Bezirksstruktur wurde ja aufgelöst und dann wurden die Länder gegründet und dafür waren wir zuständig. Also alle Datenbanken aufbauen, diejenigen, die dort in die Fläche gegangen sind, betreuen, was nehmen die mit an Daten und so weiter, Reports und so weiter. Aber gut, es war klar, Ende 90 wurde das Ministerium aufgelöst und ich hatte viele Kontakte und ein ehemaliger stellvertretender, äh, direkt, ja, stellvertretender Minister mit Namen Dietze, der kam vorher schon auf mich zu, aber ich habe mir gesagt, ich habe keine Zeit. Ich habe wirklich keine Zeit. Wir haben also wirklich von morgens bis abends um zehn gearbeitet. Und danach begann mein Leben immer mit Anrufen oder mit Kollegen oder ehemaligen Kollegen, die sagten, was machst du denn gerade? Da rief mich, ähm, Doktor Geißler an, das war ein ehemaliger Abteilungsleiter aus dem MSAB, aus dem Ministerium Schömmaschinenanlagenbau. Er sagte, Norbert, was machst du denn gerade? Da habe ich ihm das erzählt. Er sagt, da lässt du ja auf, das ist Quatsch. Ja, kann man machen, es bringt nichts. Ich sitze hier am Alex, neu gegründete Treuhand und hier läuft überhaupt nichts mehr. Katastrophe, ich habe hier fünf PCs im Zimmer, keiner weiß Bescheid und wir müssen hier sofort was aufbauen. Der Vorstand sagt jetzt, das muss vernetzt werden. Wir fangen jetzt an mit so einer Vernetzung, da kamen die Server dann auf und keiner ist richtig da und ich weiß so, du hast doch das gemacht. Was? Los. Ich habe ja als Referent angefangen, für IT und Controlling nannte sich das. Ich habe das unterschrieben und dann ging da, das waren die ersten drei, vier Monate. Ich hatte dann noch einen Kollegen. Wann waren das genau? Das war im Februar 1991 bin ich in die Treuhand eingetreten. Im Februar 1991? Im Februar 1991. Wir hatten die Räume fertig, die waren freigeräumt, die Schreibtische waren alle noch Altbestand, Aktenschränke, hat uns aber nicht gestört, Stühle. Das Einzige waren die PC-Technik. Ich habe dann meinen PC, den ich zu DDR-Zeiten 1988 im Ministerium bekommen habe. Das war also ein Import über Schalt-Golkowski, ein IBM-Tower, den habe ich dort wieder gefunden. Den haben die da mit rübergeholt in der ganzen, in den Wirren der Nachkriegszeit, sag ich schon, in der Wendezeit. Entschuldigung, Wendezeit. Da habe ich bloß gestaunt und ich habe dann einen Kollegen angerufen. Das ist so eine Folgekette. Klaus Barth, der existiert noch, wir haben uns jetzt vor einem halben Jahr erst getroffen. Den habe ich zusammengearbeitet mit MSAB. Den habe ich auch gefragt, was machst du? Der hatte auch irgend sowas. Ich sage, Klaus, komm her, wir brauchen Leute. Und der kam dann auch und der wurde eingestellt, da waren wir schon zwei. Und dann haben wir gesteckt und gemacht und getan und haben dann angefangen, die ganzen Schulungen zu machen, die Mitarbeiter zu betreuen. Mein Vorteil war, dass ich, wie gesagt, dieser Tower, dieser IBM-Tower, wo dann ein großes Staunen war als 88, ganz kurz, Farbbildschirm, 3,5 Zoll-Diskette und eine 20 Megabyte Festplatte. Muss man sich mal vorstellen. Und alle, die in mein Zimmer damals kamen, haben gesagt, was hast denn du da? Also, das aussieht wie ein Raumschiff. Dadurch hatte ich natürlich, musste mich ja mit, das war ja noch DOS-basiert, also DOS, da gab es noch kein Windows. Dann kam Windows. Also, eigentlich war es ein Prozess, immer wieder Selbststudium. Ich hatte aber auch die Chance, Lehrgänge zu besuchen. Also, das wurde von der Treuhand auch gefordert. Da war ich dann auch mal eine Woche in Frankfurt am Main oder 14 Tage, glaube ich sogar, für das damals beginnende Windows und diese ganze Systematik, was dazugehört. Ja, aber viel auch Selbststudium. Um immer fit zu bleiben und immer als dran zu bleiben, musste ich mich auch mit dem Datenbanksystem beschäftigen. Das war vorher nicht so mein Thema. Aber im Office-Bereich und was jetzt so praktisch das Office ist, also Microsoft Office, das gab es ja damals auch schon. Das war so. Also, wir haben, wir haben, und das waren ja, deswegen war es auch, ich habe mich also dann noch abends hingesetzt noch und immer noch geguckt, was kannst du verbessern, wo hast du noch Potenzial, weil jemand mit einer Sache, sag mal, geht das auch so? Also Excel zum Beispiel, Formeln, also habe ich gesessen und studiert und gemacht und eine Tat, ja. Aber ich hatte auch gar nicht so viele Lehrgänge, konnte ich gar nicht besuchen, weil ich war von morgens bis abends eigentlich auch gefordert, ja. 8 Uhr war Beginn und 8 Uhr war auch gefordert vom Bereich, also vom Direktorat. Es gab, ich glaube um 9, von 9 bis 11 gab es einen Joe Fix, ja, da hat der Direktor, nicht alle, aber da die Referenten zusammengeholt, wo die nächsten Entscheidungen anstellen, Privatisierung. Die Referenten muss man sich vorstellen und ich war, ich war IT, ich war Controlling, ich war aber auch Referent für Privatisierung und zwar Werften Privatisierung. Ich habe auch eine Werft privatisiert, Schiffswerft in Barth, Barth ist am Darst oben, die gibt es jetzt auch noch. Die hat das zusammengeholt und hat gesagt, also ihr fahrt morgen dorthin, ihr fahrt morgen dorthin, da kommt ein Interessent, da kommt ein Käufer, die sind ja meistens erstmal nach Berlin gekommen, die Interessenten. Die haben sich orientiert, komme ich wieder zurück, wir hatten natürlich eine gute Datenbasis, ja, da konnten wir also Daten schon mal mitgeben, auch im Ausdruck, als Formular mit Logo obendrauf, Treuhandlogo habe ich dann selbst mit Grafik so ein bisschen entwickelt. Die sind dann mitgekommen und dann haben die natürlich irgendwo Termine gemacht und dann sind die vor Ort, die wollten ja wissen, was mit dem Unternehmen los ist. Wir waren natürlich gut dran, weil wir ja die Basisdaten schon hatten, also man konnte dem guten Interessenten natürlich nichts vormachen. Und dann musste man allerdings auch die, die vor Ort waren, es waren ja noch Leute vor Ort, die dort erarbeitet haben, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter dort, die musste man ja auch briefen vorher. Ja, das war so der erste Teil des Tages. Und dann, sag ich mal, meine normale Tätigkeit. Ich habe dann, also IT ist klar, Controlling-Sicht ist so, Entscheidungsverlagen. Wenn es dann rankam an die Privatisierung, wurde es natürlich, je nach Umfang oder Größe des Unternehmens, in Entscheidungsverlagen musste erarbeitet werden und aus Controlling-Sicht, aus Sicht der Basisdaten, musste ich darüber gucken. Das heißt also, waren dann auch zwei, drei Stunden am Tag weg. Gucken, stimmen die Daten, verglichen mit meiner Datenbank, weil das hier die Referenten erarbeitet haben. Die Daten haben natürlich von mir bekommen, aber manchmal war das so ein Zeitfaktor. Nächsten Tag, übernächsten Tag kamen die Nächsten. Ja, dann wurde eine Bank für ein Unternehmen, die hatte Darlehen abgefordert, die konnten nicht Darlehen bedienen. Und schon gab es Alarme und so weiter. Also die Daten waren auch täglich manchmal anders. Die mussten ja zum Entscheidungsvorlagenzeitpunkt, was an den Vorstand ging, dann auch exakt sein. Ja, das ging dann an die juristische Abteilung, logischerweise, die das geprüft haben. Ja, und dann meine, in dem zweiten Jahr, dann meine Referententätigkeit. Ich musste ja selber auch übersehen, dass ich da auch für das Unternehmen dann mich vorbereite, bei denen Privatisierung zu sprechen. Unterschwellig war das, glaube ich, immer da. Aber nicht, was die fachliche Seite betraf. Und klar, wir hatten viele Juristen, die kannten natürlich die juristische Seite der alten Bundesrepublik. Also kein Strafrecht oder so, sondern ökonomisches Recht. Da war klar, auch wenn wir juristische Brief waren oder so, dass man das nicht aufholen kann in der Zeit. Das geht nicht. Aber ansonsten, unterschwellig merkte man schon, die bringen natürlich ein Wissen mit, was wir so nicht aufholen können. Aber die offene Sache so, also komm, jetzt halt mal deinen Mund, du hast keine Ahnung, du bist ein Ossi, das kann ich nicht bestätigen. Das gab es nicht. Es waren, ich hatte mal so eine Prozentzahl, 90 Prozent, aber von den 10 Prozent, das waren ja auch bei den Referenten, waren das ja auch welche, die aus der alten Bundesrepublik kamen. Im hohen Maße viele junge Leute, die also gerade aus dem Studium kamen oder noch Volontäre waren. Ja, die hat man gerne genommen. Und wir waren eigentlich, muss ich sagen, jetzt sagst du mal so salopp, eine dufte Truppe eigentlich. Bei mir in der IT war das relativ leichter, muss ich sagen. Die kamen natürlich auch mit einem anderen Wissen, aber das ging so schnell rasant, ja, auch mit der Technik, die wir bekommen haben, da habe ich das nicht so gemerkt, muss ich sagen. Es war auch gar keiner da und wir haben uns bemüht, immer am Ball zu bleiben und auf dem neuesten Stand zu bleiben. In der Retrospektive, was uns damals ja so nicht klar sein würde, im Nachhinein kann man denken, war es eigentlich richtig, die Entscheidung, so eine Anstalt, also eine Treuhandanstalt, die das Volksvermögen verwaltet, zu gründen, damit einigermaßen vernünftig der Teil 23a, also Angleichung an die Bundesrepublik, überlebt. Man muss es wirklich so sagen, Massenarbeitslosigkeit gab es, aber es hätte ja noch viel, viel, viel schlimmer kommen müssen. Und aus dieser Sicht, glaube ich, und das war uns, glaube ich, schon bewusst bei Bischofswerda und vielen anderen Sachen, dass es hätte anders eigentlich gar nicht gehen können. Der Meinung bin ich, dass es teilweise zu schnell gegangen ist. Das glaube ich schon. Das hat die Freundin schon mal gesagt, dass sie mir wünschte, dass sie eine Treuhandanstalt an Jahren, keine Ahnung, aber hätte länger existieren müssen. Dass man, obwohl ein Unternehmen zu dem Zeitpunkt X bewertet wurde und gesagt wird, hat eigentlich keine Überlebenschance, aber wenn man davon ausgeht, wurden in anderen Bereichen Milliarden zur Rettung von Kohleindustrie und anderen Industriezwängen auch in der alten Bundesrepublik, also Subventionierung gemacht wurde. Und nun war es ja immer so, dass politisch alle, die politische Elite der alten Bundesrepublik froh war darüber und daran nie geglaubt haben, dass es noch mal zu einer Einigung Deutschlands kommt. So, dann muss ich was investieren und das ist natürlich auch erst mal Geld. Und das muss ich reinstecken und dann muss ich die, ich hätte mich ja beteiligen können an die Unternehmen. Das wollte man natürlich nicht. Ja, ist klar. Das wollte ich jetzt mal kurz.